servus und hallo bei miga caravan bei uns auf dem kanal in dingesbühl ich habe heute ein bisschen ein kleines technik video für euch wie haben wir eine dieselluftheizung unterflur bei einem adria verbaut was haben wir da alles besonderes gemacht und wie schaut es eigentlich mit den micas ihrem eigenen fahrzeug aus weil auch das war die letzten tage und wochen eine große baustelle und im detail was haben wir da alles verändert was haben wir da alles gemacht und wie haben wir es umgesetzt wie haben wir das alles gemacht was kann man in einem 7,30 m teil integrierten alles reinpacken der schon gut 13 jahr alt ist und das will ich euch alles zeigen und dafür gehen wir jetzt einfach mal hinter in die werkstatt halt stopp bitte nicht vergessen unten steht wieder unser spendenkonto für ukraine opfer flüchtlinge wie auch immer und immer wieder ganz ganz lieben dank für die ganzen pakete wo hier ankommen und für die ganzen spenden von euch mega ihr seid der hammer ihr seid einfach der hammer und dafür noch mal ganz ganz lieben dank wir werden das wirklich an die richtigen stellen dementsprechend einsetzen weitergeben ihr wisst wie ich bin und genau so wird es auch wirklich an menschen gegeben die es furchtbar nötig haben ich weiß das ist nur ein ganz kleiner tropfen wo man hier machen kann aber jeder kleiner tropfen und viele kleine tropfen ergibt auch einen ganzen see voller wasser also nicht nachlassen ich gebe alles ihr gibt alles und dann kriegen wir das auch gemeinsam wieder hin danke ab in die werkstatt hallo so nun sind wir unter einem kastenwagen und warum habe ich mich mal darunter gelegt weil ich möchte euch hier mal zeigen wie wir hier auf kundenwunsch einen besonderen dieselluftheizungseinbau gemacht haben also zum einen haben wir hier die dieselbombe verlegt schön freischwingend damit die schön gelagert ist damit sie nirgends aneckt das ist immer ganz wichtig haben die ganzen leitungen hier fixiert sind hier dementsprechend unter dem auspuff durch und dann hier zur dieselheizung hier haben wir die dieselluftheizung verbaut in einem edelstahlkasten und haben natürlich die luft ansaugung in dem fall außen gemacht damit dementsprechend die dieselheizung gut was zu tun hat und dann haben wir ein paar tricks gemacht also wir haben zwei auslöse dementsprechend verbaut und zwar einmal hier an der dinette das war uns ganz wichtig und dann hier hinten sind wir mit einer leitung hier abgegangen sind nach da hinten gegangen und haben im fahrzeug hier sind wir rein haben dementsprechend den frischwassertank mit in die heizung eingeschlossen und haben hier dementsprechend den abwassertank noch in die heizung mit eingebunden also von dem her heißt es also er kann jetzt komplett autark weil die truma heizung geht ja hier in den abwassertank und damit er aber wenn er mit der dieselheizung unterwegs ist eben auch den abwassertank heizt haben wir dementsprechend frischwasser abwasser und natürlich die dinette auf der seite also echt eine tolle geschichte muss ich wirklich sagen ist ein richtig rundum gelungener einbau super gut gewonnen dann haben wir natürlich unsere ganzen luftleitzung noch isoliert nicht wie truma hier einfach frei gehängt weil in dem fall hat man natürlich einen wahnsinnigen wärmeverlust und das wollen wir ja nicht mehr wollen ja effizient sein und darum isolieren wir die ganzen leitungen hier dementsprechend damit er auch wirklich alles safe ist und ja wenig verlust ist und so schaut es dann einfach mal von unten aus also echt ein cooler einbau muss ich sagen gefällt mir sehr gut mit dem schönen gehäuse drumherum da ist die heizung schön geschützt spritzwasser geschützt vor steinschlägen und so weiter wenn da mal was passiert da ist die absolut safe und ja das ist echt ein toller einbau muss ich sagen gefällt mir sehr sehr gut das fahrzeug haben wir ja schon mal gesehen das war das fahrzeug wo hier hinten der wechselrichter verbaut war mit einer steckdose und dementsprechend haben wir jetzt hier ein paar änderungen gemacht wechselrichter haben wir hier eingebaut zusätzlich noch solarregler die batterien haben wir umgebaut also hier haben richtig viel macht in dem kastenwagen also und das rechnet lohnt sich richtig weil da ist echt richtig geile verbesserung draus waren aus dem hübschen adria und ich glaube der kunde freut sich auch schon wenn er den wieder kriegt so und jetzt schauen wir noch mal zu was ganz speziell und zwar habe ich hier mein auto mal kräftig in der kur die letzten paar freizeitstunden weil das muss ja immer nebenbei gehen wenn ich mein auto verbaue und zwar was haben wir hier alles gemacht also ihr seht schon hier ist keine toilette mehr drin zum einen kriegen wir hier eine neue toilette rein als test hier ist die glissana keine angst diese glissana ist noch nicht verkäuflich ich habe die nur hier als anschauungsobjekt weil das ist absoluter prototyp der ist nicht verkäuflich weil so nicht funktionell die richtigen wann ja erst ausgeliefert aber ich habe die schon mal da einmal für die ausstellung und zum zweiten weil ich hier natürlich mein einbau schon mal machen kann und das dementsprechend üben testen kann wie man das alles bewerkstelligt und dazu schauen wir jetzt einmal in mein auto jetzt nehme ich euch mal mit in mein privates fahrzeug ist ein bisschen älteres auto wie ihr seht hier sind wir fleißig am arbeiten komme ich gleich noch dazu was wir hier noch alles umgebaut haben so hier habe ich mal angezeichnet wir haben sehr sehr kleines bad ist ein bisschen schade das ist der einzige punkt was man dem auto nicht so gefällt ist das bad die dusche gefällt mir sehr gut aber hier vorne natürlich ist alles sehr sehr eng aber ich muss feststellen mit der glissana habe ich fast ein bisschen mehr platz wie mit der typischen klasetten toilette ich habe hier mal angezeichnet wo die hinkommt wir haben ja hier alles raus gebaut und dementsprechend müssen wir hier jetzt komplette abkofferung machen und dann hier das display einsetzen und es ist natürlich viel viel holzarbeit wo man da leisten müssen und ja da haben wir echt eine menge zu tun aber das zeige ich euch und da möchte ich euch eben auch stück weit immer wieder mal mitnehmen was haben wir noch gemacht an dem auto ich habe hier das ganze fach umgebaut und zwar die ganze rückwand raus weil da hinten kommen meine ganzen solarleitungen rein weil man komplett neues solaranlage verbaut haben ich hatte von der firma büttner die flexi module drauf vier stück je 110 watt sind 440 watt ich muss sagen ich war absolut nicht zufrieden mit denen module ich habe 400 amperestunden lithium im auto ganz ehrlich also das hat im sommer einigermaßen funktioniert aber wenn es schon zu warm war dann haben die auch schon wieder totale einbrüche gehabt also es war nicht wirklich das gelbe vom ei somit habe ich mich jetzt entschieden die wcs hochvolt module zu probieren dreimal 130 und dreimal 100 ihr könnt alle rechnen das sind fast 700 watt und somit musste ich natürlich alles umbauen hier haben wir den ganzen kasten umgestaltet ja wie meine solarregler reingebaut auch hier natürlich wieder verkleidung macht holz arbeiten macht dann haben wir hier max fan eingebaut bitte nicht wundern ist es nicht ganz so clean weil ich ja immer wieder auf macht zu macht alles ist zum zerlegen weil ich teste ja immer und die leistung die zeige ich euch mal also ich bin erschrocken wie ich das auto wieder rausgefahren habe nachdem das erste mal die solaranlage drauf war dann kamen hier gleich mal bei dem wetter 25 bis 30 ampere rein das war schon richtig heftig also echt geil und ja hier steht nur ein bisschen arbeit bevor und zwangsläufig musste ich natürlich auch hier über der tür die komplette das komplette ding hier ausbessern weil das hier war ursprünglich ja aus so am holz aber ich musste das alles komplett rausreißen weil ich habe da schon so viele löcher reingebohrt und ja es blieb nichts anderes übrig wir mussten das neu machen haben somit jetzt hier rechts angefangen mein batteriecomputer hier habe ich das display vom wechselrichter von der 3000er kombi hier das wohnmobil display gasfern schalter den ich bald nicht mehr brauche und hier haben wir was besonderes ich habe das hier jetzt als ja relativ neu mal probiert mein cb plus rausgeschmissen und habe jetzt ganz neu die ein net x glaube ich oder wie das ding heißt das neue display von truma reingebaut und ich kann euch da noch gar nicht so viel erfahrung sagen weil ich habe muss ich sagen jetzt noch gar nicht so viel gemacht damit aber es funktioniert eigentlich sehr gut wie gesagt ich muss mir dann noch ein bisschen fuchsen habe es verbaut und angeschlossen und aber es funktioniert schaut natürlich schön aus und ist auch via bluetooth mit dem handy bedienbar das ist natürlich schon schick also das muss man schon sagen also das gefällt mir schon richtig gut genauso wie natürlich da hinten das display von super b und hier haben wir dann alle möglichen einstellungsmöglichkeiten raumklima warmwasser hier kann man sich mit der app verbinden mitteilungen wenn wir ins raumklima gehen dann kann jetzt die heizung einschalten und so weiter und so fort also echte tolle geschichte finde ich gar nicht so falsch ich habe nämlich auch das fahrzeug auf dieselheizung umgerüstet da habe ich ein paar bilder gemacht da muss man die komplette elektrik neu machen warum haben wir das gemacht weil auch wir immer mehr vom gas weg wollen weil wenn wir unterwegs sind wir fahren dieses jahr erstmalig seit langem mal wieder nach schweden und in schweden ist es einfach unheimlich schwierig immer wieder gas zu kriegen gasflaschen zu kriegen und auch deswegen haben wir umgerüstet auf gas auf dieselheizung außerdem muss ich ganz ehrlich sagen war unsere alte dieselheizung defekt also die kam jetzt echt die hat gesponnen wie verrückt und drum musste man dann entsprechend was machen naja wie gesagt das wohnmobil gehen wir noch nicht her das ist erst 13 jahr alt unser annette die ist noch gut und die war erst beim tüv der tüv hat erstaunt geschaut wie wie toll die in welchem zustand dass die ist und darum haben wir gesagt nein komm die behalten wir noch und unsere hunde fühlen sie darauf wohl weil wir haben ja hier den umbau gemacht wo hier unsere hunde dann immer mitfahren schön safe und ja das ist jetzt wird hier nur ein bisserl schick gemacht und nur ein paar kleinigkeiten und dann geht es hier auch schon wieder dann geht es an der hier auch schon wieder ganz gut und ist wieder fresh aber wichtig war mir jetzt einfach euch da mal mitzunehmen was auch bei älteren fahrzeugen alles machbar ist also aber hier alles neu schaut richtig geil aus finde ich richtig gut und ich habe auch den wcs booster natürlich drin und da schauen wir jetzt mal ganz hinter in die heckgarage da zeige ich euch mal wie das ist natürlich auch so ein kleines handicap bei dem fahrzeug ist die heckgarage hier haben wir das problem dass platztechnisch das alles ein bisschen eng ist so habe ich das ganze hier verbaut bitte hier auch nicht hundertprozentig auf die kabelverlegung gucken weil auch hier muss ich dazu sagen sind wir immer am tauschen am machen weil ich ja immer alle sachen definitiv ausprobieren ich verbau nix ich verkaufe nichts wo man nicht wirklich dahinter stehen und somit probieren wir halt immer alles mögliche aus also ich habe hier zweimal novia drin die 210 amperestunden jeweils sind 200 sind 420 amperestunden muss ich sagen bin ich ganz zufrieden damit kann ich nicht meckern ist echt eine tolle geschichte und wenn man dann hier reingucken da steht die 3000er kombi die hängt da und hier unten drin wo ist der ladebooster vom wcs also alles musste hier sehr auf engem raum versteckt waren und verbaut waren weil ich hier ist natürlich wirklich nicht viel platz war schon ein riesen act was das fahrzeug auch noch von mir gericht hat da können wir mal kurz hier unten gucken ist auf der hinterachse ich weiß nicht ob ihr seht die luftfedern jawohl da sieht man es schön da habe ich zwei luftbelger reingemacht links und rechts weil er halt doch in der zeit sehr schwammig worden ist obwohl er einen stabilisator drin hat aber dennoch war er ein bisschen schwammig hinten und dann haben wir uns entschieden neue federn rein zu machen und dann haben wir auch gleich noch die blattfedern ausgetauscht damit auch die wieder neu sind damit er wieder richtig schönes fahrkomfort hat also das hat auch richtig gut funktioniert muss ich wirklich sagen hier kommt der umbau das wird natürlich dann zugemacht alles dann haben wir hier kleines fächle mal gucken was wir da lagern und wenn wir dann hier weiter gucken ja gut vorne schaut auch noch ein bisschen zerlegt aus weil hier fehlt noch was da muss ich dann nur die abdeckung drauf machen alpine radio bitte nicht wundern bei uns ist noch weihnachten von unserer weihnachtstour das müssen wir noch weg machen alpine radio bin ich top zufrieden muss ich wirklich sagen aktuell habe ich ein subwoofer hinten und die skladen lautsprechersystem auch da bin ich immer wieder am probieren am machen am tun und schauen wir mal was man da in zukunft alles noch rein kriegen und jetzt nehmen wir euch einmal mit aufs dach wie jetzt unser dach ausschaut weil das ist echt hammer was jetzt da alles drauf ist weil natürlich dass keine riesen fahrzeug ist also ich habe ja nur in anführungszeichen ein teil integrierten mit 7 meter ich müsste lügen 7 30 glaube ich ist oder 7 35 egal und da natürlich 700 watt drauf zu machen ist natürlich schon eine nummer also ihr seht in der mitte habe ich die 123 x 130 und dann habe ich hier 123 x 100 dann habe ich hier die max view und da hinten nur kleine sattschlüssel also da noch unser fm und db antenne also mehr geht jetzt wirklich nicht mehr also da muss ich sagen erste sahne aber mehr geht nicht mehr also da habe ich mich echt anstrengen müssen dass wir das alles aufs dach bringen hat gott sei dank gut funktioniert aber jetzt immer absolut am limit ja da wollte ich euch jetzt nur mal mitnehmen was man auch mit einem eltern fahrzeug alles machen kann ist zwar ein bisschen aufwendig das stimmt ich mache das auch immer samstag sonntag abends aber wie gesagt da probieren wir immer aus was alles geht was man alles tun kann von den umbauten her finde ich halt einfach wichtig um ehrlich fair und sauber beraten zu können um auch dementsprechend dann rauszufinden was ich verkaufe ob das dann halt auch wirklich das verspricht und hält dass das alles passt ja super dann schauen wir weiter nun kann so genau die glissana ausschauen wenn sie verbaut ist bitte nicht wundern das ist alles nur provisorisch es ist noch nichts fest ich habe jetzt hinten die rückwand gemacht ihr seht da hinten mit dem display rein und habe das brett da hinten komplett zugeschnitten ja so ist es dann letztlich wie es optisch ausschaut ich muss sagen ich war vorhin schon mal probe gesessen ich habe mehr platz wie vorher selbst wenn ich mich jetzt hier rein stelle ins bad also ist echt cool ich habe richtig viel platz ich weiß mein schatz ich habe mal käppi wieder krumm auf und wieder gerade aufsetzung weil sonst schimpft meine frau wie wieder ausschaut also es ist echt verwunderlich bitte nicht wundern hier ist alles schmutzig ist alles dreckig weil hier wird fleißig gearbeitet aber ihr seht es schaut echt effektiv nach mehr platz aus und das wundert mich total obwohl sie ein bisschen größer ist ich kann sie natürlich jetzt dann auch in diese richtung drehen dann hat man jetzt auch noch ein bisschen platz hier zum stehen also das ist auch cool ich bin mega mega begeistert voll geil und ja ich freue mich wenn dann endlich die richtige kommt damit ich das final fertig machen kann morgen machen wir jetzt das final das wird schön eingespritzt mit silikon alles schön dicht gemacht fest macht damit es alles hält und ich glaube das ist was was man sehen kann und schaut so aus als ob es noch nie anders gewesen wäre also echt cool das wollte ich euch nur noch schnell mit zeigen dass sowas auch dann so fertig ausschaut ja leute was sagt ihr also die umbauten echt geil mit den mikras ihrem auto geht es auch weiter fast bald können wir wieder richtig auf trip gehen nur ein bisschen bienen nur ein bisschen putzen paar kleine brettchen rein machen und dann langsam wird es wieder einsatzbereit ich sag nochmals ganz ganz lieben dank schreibt mir in die kommentare wie ihr das seht den umbau umrüstung dieselheizung weg vom gas warum ich kann euch sagen wir lieben die skandinavischen länder und da ist es immer schwierig ja man könnte jetzt ein gastank unten hinbauen könnte ich tun da gebe ich euch recht lbg gas wäre auch eine möglichkeit ich habe mich aber für die diesel variante entscheidend entschieden weil diesel kriege auf der ganzen welt überall pro und contra für und wieder das sind immer so fragen da gibt es sich meinungen drüber jeder hat seine eigene ich glaube es gibt aber auch nicht die perfekte lösung für alle oder die gleiche lösung für alle weil es auch wieder so ein thema ist weil es abhängig ist wie ist mein camping verhalten wie stelle ich mich auf was habe ich eigentlich vor mit meinem wohnmobil wo bin ich unterwegs und dementsprechend wie nutze ich es auch und das sind dann die ganzen punkte die da in einen topf geschmissen werden müssen um abzuwägen macht jetzt das sinn gas oder macht mehr sind diesel ich habe natürlich auch in meinem fahrzeug immer wieder so ein kleines versuchslabor mit dem fahrzeug ich möchte nämlich eins probieren ist es möglich mit einem fahrzeug wie meinem das teil integriert 7 meter 30 lang gas frei zu werden also gas frei heißt ich möchte auch noch das zerrenfeld also das gasfeld abschaffen und möchte hier in eine induktionsplatte investieren sprich eventuell in zwei und dann habe ich mein komplettes auto gas frei strom müsste ich genug haben das ist eben gilt es zu testen wie wir damit klarkommen wie das funktioniert und ich hoffe dass es hinhaut und dann spare ich mir natürlich auch schon wieder die gewichtsklasse der zwei gasflaschen und ich denke dass das keine schlechte sache ist für mich ist es eine tolle option ich freue mich drauf und wie gesagt natürlich ist das nicht was für mich richtig ist für jeden richtig das ist natürlich klar ja in dem sinn nochmal ganz ganz lieben dank für eure spenden für eure teilnahme an der ganzen geschichte ein kurzen blick noch was mir da alles eingetroffen ist echt der hammer heute allein sind wir da schöne päckchen kommen hier haben wir wieder 100 solche decken die auch ganz dringend braucht werden hier ganz viele mullbinden sind angekommen ganz ganz lieber dank dafür echt top wird auch sofort weitergegeben wird weitergepackt und dann geht es euch auch schon wieder weiter hier haben wir nur gestern handschuhe kriegt medizinische sowie nähzeug also echt echt mega da muss ich sagen mega top und eins möchte ich auch noch losfahren das ist wobs muss ich euch wieder hinstellen eine große firma hat auch sich beteiligt und zwar unser großlieferant frank hana das werde ich euch auch noch mal zeigen wenn die lieferung eintrifft auch die haben gesagt sie spenden der herr büttner der geschäftsführer von der firma frank hana hat mich angerufen und dafür büttner an dieser stelle noch mal ganz ganz lieben dank auch für die hilfe für die unterstützung wir geben alles wir organisieren sehr viel auch ich selber werde in richtung polen oder wir müssen gucken wo wir genau hinfahren los düsen und werde auch selber noch viele sachen darüber fahren wir brauchen alle die hilfe oder die brauchen alle die hilfe und auch viele flüchtlinge kommen schon hierher und auch die brauchen viel unterstützung und die krankenhäuser da unten brauchen noch viel material in dem fall ganz ganz lieben dank auch an sie beziehungsweise an die gesamte firma frank hana und es macht echt spaß mit euch zu arbeiten ihr seid ein tolles team vielen dank dafür und jetzt schluss mit meinem geschwätz genießt das wochenende vielen dank fürs zuschauen ich freue mich wieder auf fleißige kommentare von euch und bis zum nächsten video Ciao, ciao.